Hi Freunde und herzlich willkommen, hier war ArchieGaming, Flo wieder am Start, heute gibt es weiteres Squad Building Challenge, heute wollen wir uns um die zweite Team of the Season Upgrade Squad Building Challenge kümmern und zwar geht es um die 82er bis 88er Upgrade Squad Building Challenge, hier seht ihr schon mal Leno, Lukas, Lever, Benderkurs, Simon und Pepe, die wir aus dem Community Team of the Season ziehen können und dann haben wir einige, ja die meisten Team of the Season aus dem EFL, Team of the Season, die man mit dieser Upgrade Squad Building Challenge ziehen kann, ihr könnt natürlich die Upgrade Squad Building Challenge auch aufbewahren, bis zu den nächsten Team of the Seasons, die dann noch so anstehen, heute wollen wir, ihr seht es im Thumbnail, ihr seht es im Titel, das Ganze 20 mal abschließen, die SPC ist wie gesagt vorhin erst rausgekommen, wir haben uns vorhin schon um die 82 plus Doppel Upgrade Squad Building Challenge gekümmert, ja da sind wir auch auf jeden Fall ein Team of the Season aus dem Community Team of the Season um die Ecke gekommen, das findet ihr oben rechts auf dem i oder natürlich auf dem Channel, ja checkt das Video auf jeden Fall gerne ab, lohnt sich auf jeden Fall und falls ihr das Ganze heute wieder feiert, das Fake Opening, da könnt ihr euch zu und zwar das Video Support mit dem Daumen nach oben, 200 Likes, 300 Likes, 200 Likes, 300 Likes, gebe ich heute hier als Ziel raus, wäre nice, wenn ihr das ganze Video supporten würdet, ihr seht schon, 19 Sets sind im Shop verfügbar und da würde ich sagen, starten wir rein, falls ihr generell keine Squad Building Challenge mehr verpassen wollt, ja da könnt ihr natürlich gerne auf kostenfreie Basis auch ein Abo dalassen, die dann die Glocke aktivieren und eine Information auch nebenan oder beziehungsweise ja direkt jetzt hinterher und zwar ist es so, dass wir gleich auch noch bei Twitch live gehen, ja um 23 Uhr geht es los mit dem Livestream bei Twitch und da werden wir eure Packs öffnen, also falls ihr Bock habt jetzt mit dabei zu sein im Stream nachher, dann geht jetzt zu den Squad Building Challenges und bildet jetzt schon mal das ein oder andere Upgrade Set, denn wir werden die 82 bis 88 Upgrade Squad Building Challenge angreifen und die 82er Plus Doppel Upgrade Squad Building Challenge eure Packs gemeinsam im Stream öffnen, ich habe mega Bock drauf, schaut vorbei, würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Also, damit würde ich sagen, starten wir rein, wie gesagt, zu dieser Upgrade Squad Building Challenge gibt es schon ein Video, findet ihr oben rechts auf dem i, ja und falls ihr davon mehr sehen wollt, einfach den Like Button zerstören und Support zeigen bei dem Video und dann geht das Ganze sowieso von selbst. So, jetzt geht es aber hier rum, hier wie gesagt eine Begrenzung am Start, 82 bis 88 geratete Spieler, das Ganze steht natürlich quasi, ja, nebenan oder beziehungsweise, ja, in Konkurrenz sozusagen zu der Gold Upgrade Squad Building Challenge. Zu der Gold Upgrade Squad Building Challenge kann ich euch sagen, da ist heute schon ein Upload gekommen und zwar um 16 Uhr, da haben wir diese SPC 40 mal abgeschlossen, auch zum Team of the Season, vom Community Team of the Season und zum IFL Team of the Season, auch das findet ihr oben rechts einmal auf dem i, richtig geiles Video geworden, meiner Meinung nach und das könnt ihr auf jeden Fall auch gerne abchecken. Also, wie gesagt, hier haben wir keine Begrenzung am Start bei der Gold Upgrade SPC, sowohl nach unten hin, als auch nach oben hin nicht und das ist, wie gesagt, der Unterschied zu dieser Upgrade Squad Building Challenge. Machen wir das 20. Set, aber jetzt hier in diesem Video gemeinsam und zusammen und wir müssen folgendes abgeben und zwar Goldspieler, mindestens sieben Spieler, gibt auch nur sieben Goldspieler bitte ab, dann haben wir ein Teamspieler von mindestens 45, wir haben jetzt hier 71 am Start und eine Anzahl an Spielern, die wir abgeben müssen von 11, ja, die wir hier abgeben müssen. Also, ich bin hier zum Beispiel jetzt in die Bundesliga gegangen und dann, weil wir in der Bundesliga waren und Deutsche da hatten, dann in die dritte deutsche Liga. So könnt ihr das Ganze theoretisch die ganze Zeit machen, Premier League Spieler, Goldspieler reinstellen, dann in die vierte englische Liga gehen, mit vier Bronzenspieler auffordern und fertig ist der ganze Hase. Also, wir gehen kurz durch, falls ihr die Namen braucht, ich weiß, dass der eine oder andere Mitarbeiter am Start ist, der das Ganze eins zu eins nachbauen will, aber wie gesagt, das ist eine Squad Building Challenge, die ist wiederholbar und insofern packt ihr einfach das rein, was ihr an sieben Goldspielern habt, ja, und das, was ihr an vier Bronzenspielern habt und dann könnt ihr das Ganze, wie gesagt, immer Stück für Stück, immer weiter und sofort die Squad Building Challenge abschließen und natürlich auch nicht nur einmal, sondern häufiger. So, also, ich bin gespannt, wie viele nachher im Streamen auch zusammenkommen an Packs und die Videos werdet ihr natürlich dann im Laufe der nächsten Tage natürlich auf dem Channel finden. Jetzt fangen wir aber an, bitte 20 Sets, würde ich sagen. Hinten haben wir doch, oh, wir haben ja, wir haben heute nur 18 Sets, ah ja, wegen dem Gold Privileg Booster, klar. Okay, wir machen also gleich noch zwei Stück hinten dran, äh, als Boni, wenn wir die jetzt geöffnet haben, aber jetzt geht es erstmal um 18 Sets und wir fangen direkt an mit einem Wand oder Walkout. Gut, oh, es wird leider nur eine Wand, schade. Aber gut, das müssen wir uns gleich noch im Hinterkopf behalten. Habe ich ganz vergessen, dass ich diese Booster-SBCs, zwei davon, einmal aus der Bundesliga und einmal aus der Premier League, noch hinten dran habe. Insofern werden wir natürlich gleich noch das Ganze angreifen. 83er-Fonds ist der erste Spieler, den wir hier mitnehmen, natürlich SBC-Futter. Ja, gut, dass wir auf jeden Fall 82er mindestens am Start haben, aber ich habe euch ja auch schon eben gesagt, ja, welche Karten sind erziehbar in dieser Squad Building Challenge? Und bei dem Community-Team of the Season ist es halt, wie gesagt, so, dass Lukas Leyva, der 40k kostet, Leno 50k, der kostet. Dann haben wir Simons, 88er am Start, den wir theoretisch jetzt ziehen können, Pepe und Bentancourt. Und dann haben wir das EFL-Team of the Season und da können wir folgende Karten ziehen. Ja, eigentlich alle Karten bis auf Matthäus Pereira. Dann haben wir als zweiten Spieler Miturevic am Start. Hier haben wir den ersten Walkout am Start. Jungs, Daumen drücken, Pecklack. Ach, es wird leider nur der Torwart, es wird kein Lewandowski. Es wird Chesny. Ja, also Hashtag Pecklack natürlich gerne in die Kommentare, ihr wisst Bescheid. Dann haben wir Philips als dritten Spieler 92er und als 89er Ben Rama. Alle anderen aus dem EFL-Team of the Season können wir ziehen. Und hier haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal einen knapp, der 20k bringt mit Chesny. Das ist doch auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut, sehr, sehr nice. Und damit gehen wir rein ins nächste Set. Komm, seltener Spieler 82er bis 88er geratet. Wer fällt gerade ein? Leverdorf geht, wer ja gar nicht ziehen können. Ja, ist natürlich klar. Wegen dem Rating. Insofern war das klar, Polen, dass das dann nur Chesny werden kann. Ja, Herrera ist jetzt hier als 82er am Start. Haben wir noch nicht im Verein. Kommt also natürlich rein. Nächstes Set. Komm schon, Jungs. Hashtag Pecklack in die Kommentare. Hashtag Pecklack in den Chat würde ich jetzt sagen. Oh ja, nächster Wanderer Walkout. Komm schon, zeigt den Team of the Season. Ja. Und wenn es einer ist, Brasilien Mittelstürmer, wer ist es denn? Oh, Lukas, Lukas ist es. Ja gut. Jetzt Rating-mäßig ist natürlich nicht mehr so geil, aber damals sehr, sehr gut spielbar. 83er, haben wir eine Schnellung tradable. Haben wir tradable einmal am Start. Perfekt, können wir einmal verkaufen und dann geht es weiter. Nächstes Set. 82er, 88er geratete Spieler. Komm schon, Jey. Jawohl. Nee, das ist keine Wanderer Walkout, oder? Nee, können wir skippen. Leider nicht, leider nicht, leider nicht. Was wird's? Das wird euer Sabal. Alles klar. Gehen wir weiter. Nächstes Set. Zweites von links. Come on, wie vieles ist das? Ich weiß es nicht. Ich habe nicht mitgezählt. Wieder keine Wand und auch kein Walkout. Das heißt, wir wissen, dass es hier ein 82er ist. Und das ist William Jose, der hier am Start ist. Gehen wir mal nach ganz hinten wieder. Und die Booster-Packs behalten wir natürlich inne. Die Booster-Packs öffnen wir erst zum passenden Team of the Season. So far. Und hier, oh ja, wir trägt wieder Wand und Walkouts. Hinten ist Packlack. Jo, nächster Walkout. Komm schon, 88er. Ist es Immobile? Ist es Bonucci? Ey, jawoll. Es ist Bonucci. Let's go. 86er. 89er wäre ja Chiellini gewesen. Den können wir natürlich, wie gesagt, nicht ziehen. Wegen dieser Begrenzung, die ich eben erzählt habe. Aber Benucci als 86er. Nice. Innenverteidiger. Top-Nation. Top-Position vor allen Dingen. Das wollte ich sagen. Und dann mit dem zweiten Walkout aus der Serie A. Also für SPC ist natürlich beide direkt super. Kann man perfekt zueinander linken. Beides Juve-Spieler. Ich wollte sagen, hier kommt jetzt der dritte Walkout. Aber nein, da ist auch wieder keine Wand und auch kein Walkout. Das heißt, wir skippen das ganze Pack und ziehen Zapata, den wir hoffentlich einmal tradable haben. Perfekt. So können wir das Ganze natürlich machen. Und jetzt, zack, hier drittes von links. Und danach haben wir noch 8 Sets. Dann haben wir die 18 komplett. Und dann werde ich noch 2 Sets machen, um die 20 für das Video zu kompletieren. Wie gesagt, ich bin gespannt, was nachher dann im Stream noch zusammenkommt, um die Ecke kommt, an Sets. Ja, insgesamt. Oh, Torreira haben wir eben gezogen. Können wir schon mal diskarten. Da wissen wir, dass wir den untradable haben. Und, ja, ob ihr Packlag habt. Also beim letzten Mal haben wir auf jeden Fall, wir haben ja im letzten Stream auf jeden Fall insgesamt 3 Team of the Seasons, glaube ich, gezogen. Wenn mich nicht alles irrt. Wenn ich mich nicht täusche. Und insofern bringt auf jeden Fall Packlag. Ja, bringt auf jeden Fall Packlag. Juan Marta jetzt hier als 82er. Ist leider auch schon untradable. Mein Gott, die ganzen 82er. Das ist natürlich das, was du bei dieser SPC nicht sehen willst. Das SPC-Video dient natürlich jetzt auch, oder dieses Video dient natürlich auch dazu, dass jemand Eindruck bekommt, ja, von dieser Squad-Billy-Challenge. Lohnt die sich? Lohnt die sich? Ja oder nein? Ich finde auf jeden Fall, dass man sie sehr gut grinden kann. Vier Bronze-Spieler sind da am Start, die wir abgeben müssen. Das ist machbar. Und dann sieben Goldspieler. Die Kosten auf dem Transfermarkt 400 Münzen. Die Goldspieler insofern, Jungs, das habt ihr, ja. Und, oh, nee, ich wollte gerade sagen. Ja, und wie gesagt, wenn ihr dann 86er zieht, 85er, 87er, 88er, sind das alles Spieler, die natürlich dann in SPCs reingesteckt werden können. Und dann ist der Ligen-Grind auf jeden Fall direkt wieder am Start, ja. Also, das ist das Geile bei dieser SPC. Aber, das Geile wäre natürlich, wenn wir jetzt auch ein Team of the Season hiervon ziehen könnten. Ist bis jetzt nicht der Fall. Oh, Bergwin haben wir auch noch nicht am Start. Nächster 82er, immerhin ein guter 82er, so gesehen. Jetzt haben wir noch vier Sets, bevor wir dann die letzten beiden angreifen. Also sechs insgesamt. Komm schon, zeigt auch noch mal innerhalb dieser vier Sets jetzt schon mal den Walkout noch mal. Lass uns doch den dritten Walkout auf jeden Fall hier mal direkt anzeigen. Komm schon, ey. Ja, 82er, Pedro, alles schön und gut. Wir wollen den Walkout. Komm schon, mit Ansage jetzt. 3, 2, 1 und Abfahrt. Jo, es ist Wand oder Walkout? Es wird, ah, leider nur eine Wand. Es wird leider nur eine Wand, es wird Deutschland, es wird ZOM, es wird Özil als 84er, den wir dann mitnehmen. 84er Özil, auch der SBC-Futter schlechthin. Wisst ihr Bescheid, können wir reinpacken in den Verein, haben wir auch noch nicht im Verein. Und dann haben wir jetzt noch hier zwei weitere. Insgesamt vier Stück. Komm, ein Walkout oder Wand will ich noch sehen. Jawohl, come on, da ist er. Da ist er, der Team auf der Season. Och man, wieder nur eine Wand. Portugal diesmal. Torwart, 85er? Jo, 85er. Lopez wird's, nice. Den nehmen wir natürlich auch gerne mit. Den nehmen wir definitiv auch gerne mit, 85er Lopez. Ah, hätte ich jetzt bereits mal abchecken können, das 85er. Und jetzt das, komm schon, das letzte von den 18. Dreimal hintereinander. Nee, keine Wand, kein Walkout. Und dabei sind wir uns gleich im Shop wieder. Und ich mache eben noch zwei Sets. So, was haben wir drin im Shop, äh, im Set? Big Lear, 82er. Okay, nehmen wir mit. So, Freunde, da bin ich zurück. Zwei Stück haben wir noch vor uns. Ähm, wie gesagt, jetzt gebildet für euch noch, um die 20 zu kompletieren. Bin gespannt, wie viele jetzt unter der Woche zusammenkommen. Wie oft wir pro Tag die Squad-Bilding-Challenge hier abschließen. Wie viele Videos, die ich insgesamt zusammenballere. Ob ich dann, keine Ahnung, für ein Video 100 Stück dafür aufmache. Koller rauf. Oder, keine Ahnung, pro Video 20. Ob das kleinere Videos werden, aber dann mehrere. Und jetzt das letzte, ähm, Set für dieses Video. Es wird Wand oder Walkout zum Abschluss. Es wird leider noch eine Wand. Kein Team of the Season wird es heute hier in diesem Video. Es wird, der nächste Roma, Kolarov. Und jetzt wird es 84er, Jiko, den wir hier mitnehmen. Alles klar, wissen wir auf jeden Fall auch Bescheid. Damit soll es gewesen sein. Ihr könnt mir gerne eure Meinung zu den 20 Packs in den Kommentaren hinterlassen. Wie viele Packs habt ihr gemacht? Hatte ihr einen Pack-Lack? Ja oder nein? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, reingehen, bis zum nächsten Mal. Euer Flo von Hachi Gaming. Ciao Leute.